Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, ne, zu Wettwurst. Oh Gott. Ich habe verpeilt, wo du bin. Ich habe noch nie etwas aufgenommen. Was? Hey, wenn ich irgendwann gerade ein bisschen Wander war. Ja, ja. Geht. So, ich baue mich gleich in die Mitte. Was? Ich wollte gerade sagen, er ist schon wieder gestorben. Ach, noch nicht, noch nicht, noch nicht. So, wir haben ja, guck mal, wir haben jetzt jeweils 300 Teams, 4 Stück. Kevin, das ist dein Video, erzähl doch mal ein bisschen. Ich, äh, ja, ja. Ja, mach mal, ne. Wo ist denn das Bett? Kevin braucht ja eine Bettstuhe. Ja, wenn er mag. Er hat noch nie Badwurst gespielt. Doch, doch, doch. Er hat noch nie aufgenommen. Also noch nie aufgenommen, hat er ja gesagt. Ja. Beim Andi haben wir auch noch mal eine Folge aufgenommen. Könnte ich auch noch mal vorbeikommen. Ja. Ja, hatten wir gerade. Oh, man hat hier deutlich mehr Geld, kann es sein. Ja, also für die Leute, die jetzt bei Mr. Wander gucken, das war ungefähr vor drei Jahren. Ja. Das ist so unnormal bei dir, ey. Wie weit du vorproduzierst, da kommen die gelben gerade schon. Ja. Ja, die kommen schon. Aufpassen. Runter wachsen. Na komm, hast du's. Ne, da kommt die Leute. Hä, was will die denn? Der baut sich rüber, damit wir da nicht rankommen. Aber wir kommen ran. Ja, wir kommen ran. Pass auf, der geht zum Bett. Wie schnell geht denn das kaputt? Na, nein, schnell. Geht der mal tot, der Typ? Willst du mich verarschen? Wie oft hab ich ihn jetzt mit der Spitzhacke gehauen? Oh shit. Das Bett ist tot. Oh nein, ich bin tot. Ja, das ging schnell. Ja, hast du eine kurze Aufnahme gehabt. Aber ganz im Ernst. Ja, die Folge kommt ja eh bald. Aber ganz ehrlich, ich hab den Typen übelst mit der Spitzhacke, ich hab den mindestens fünfmal getroffen. Sechsmal. Der hat doch nichts gehabt. Aber ich bin auch tot. Alter, was macht ihr denn? Das ist Andi. Andi, Andi, du bist auch tot. Ja, geil. Das war's mit dem Video. Oh, ganz im Ernst, wie hat der uns jetzt weggekumpelt? Der war gut. Der war ja nicht mal gut. Der war ja nicht mal gut. Gut, Kevin, möchtest du dich nicht verabschieden? Ja, äh, tschüss bis nächste Woche. Von Dead Wars. Ach, bisschen länger. Ja. Sehr schön, siehst du jetzt?